Servus zum fünften und letzten Teil meiner Serie zum Thema Social Engineering. Wie kann ich mich vor Social Engineering-Attacken schützen? Welche Gegenmaßnahmen kann ich ergreifen? Mehr dazu nach dem Intro. Wenn du dich und deine Lieben über die unterschiedlichsten Betrugsvarianten informieren und damit schützen willst, dann lass gerne ein kostenloses Abo mit Glocke da und zieh dich auf meinem Kanal um. Jetzt aber rein ins Video. Zum Glück gibt es eine Reihe von Gegenmaßnahmen, um dich vor Social Hacking zu schützen. Entscheidend ist, dass du wachsam bleibst und verdächtige Nachrichten von unbekannten Absendern genau unter die Lupe nimmst. Weitere Möglichkeiten, dich selbst zu schützen, habe ich hier für dich aufgelistet. Du solltest immer die Herkunft von E-Mails hinterfragen, die dich zum Handeln auffordern. Achte dabei besonders auf die Informationen zum Absender und zu der Domain. Auch wenn eine Nachricht dringend wirkt, solltest du dir Zeit nehmen und dich nicht unter Druck setzen lassen. Die Täter setzen nämlich darauf, dass Menschen zuerst handeln und erst später denken. Wenn ein Angebot zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist das wahrscheinlich auch der Fall. Bleib wachsam! Schütze deine Geräte mit einem anerkannten Virenschutz oder einer Fireball. Nutze die Multi-Faktor-Authentifizierung, auch bekannt als Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der dein Smartphone oder ein anderes Gerät sowie ein zusätzliches Kennwort verwendet werden, um auf deine Konten zu zugreifen. Lade keine Dateien herunter, gib keine persönlichen Informationen weiter und klicke nicht auf Links von unbekannten Absendern. Überprüfe Links, die du per E-Mail erhältst, immer zweimal. Besuche im Zweifelsfall die Webseite des Unternehmens, indem du die Adresse direkt in deinen Browser eingibst. Abschließend kann man Folgendes sagen. Es ist wichtig, sich eine gesunde Portion Skepsis zu bewahren, genau wie in der Offline-Welt. Verbraucher sollten E-Mails, Textnachrichten und Anrufe, die vorgeben, von ihrer Bank, einem Zahlungsdienstleister, einem Online-Shop und dergleichen zu stammen, immer hinterfragen. Wenn dir etwas seltsam vorkommt, ist es sinnvoll, das Gespräch zu beenden oder eine E-Mail zu ignorieren und direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um sicherzugehen, dass dich dieses Unternehmen tatsächlich kontaktiert hat und nicht jemand anderes. Ich hoffe nun, dass dieses Video ein Stück mehr geholfen hat, Betrüger auszubremsen. Schau dir auch die anderen Teile dieser Serie an und vergiss nicht, dass ich regelmäßig über die unterschiedlichen Betrugsvarianten berichte. Also bleib mir treu und teile meine Videos, damit wir auch andere vor Schaden bewahren können. Pass auf dich auf und Servus bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017